Hallo und willkommen bei Shanoak Tarot. Ich möchte heute eine kurze Legung machen. Es geht um die 21. Kalenderwoche. Die geht vom 20. bis zum 26. Mai 2024. Und dann möchte ich mir gerne für jedes einzelne Sternzeichen mit meinen Tarot-Karten anschauen, was euch so jeweils energetisch erwartet. Ihr könnt unter diesem Video auf die Zeitstempel klicken und dann kommt ihr sofort zum gewünschten Sternzeichen. Ich beginne mit Widder. Viel Freude dabei. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Widder, als Wochenenergie der Gehängte und 6 der Stäbe. Die Stäbe, das ist ja eure Energie. Damit könnt ihr arbeiten. Es geht hier um Aktion, Durchsetzung. Es geht um das Tun. Ja, etwas erfolgreich abschließen, erfolgreich einen bestimmten Weg gehen. Hier ist die Krönung, hier ist der Erfolg zum Greifen nach. Allerdings haben wir hier auch den Gehängten und der Gehängte sagt, schau dir da bitte noch etwas genauer an. Möglich, dass du etwas übersehen hast. Ja, weil solange man sich das nicht genauer angeschaut hat, wird dieser Erfolg verhindert oder blockiert. Das ist sozusagen die Message. Erst wenn du da genau hingeschaut hast und das fehlende Brüsselteil gefunden hast, dann kommt dieser Erfolg, ja. Und wenn er kommt, dann auch langfristig. Ja, am Montag ist schon so eine identische Energie. Wir haben die Königin der Stäbe und der Ritter der Münzen. Hier, das bist du, egal ob du Mann oder Frau bist in dieser Energie. Das ist hier Feuerenergie. Ja, du bist Feuer und Flamme. Du willst hier etwas unbedingt haben, etwas unbedingt umsetzen. Du sagst, ich habe doch alles, ja. Ich habe an alles gedacht. Ich habe die Kraft. Ich habe das Talent. Ich habe das Potenzial. Ich kann mich zeigen. Ich bin nicht schüchtern. Ja, und trotzdem blockiert hier etwas, weil der Ritter der Münzen, das ist auch so eine Blockadeenergie. Das geht nur ganz langsam und zähl voran. Möglich, dass hier eine weitere Partei, die mit dir hier in Verbindung steht, egal ob privat oder beruflich, hier ein ganz anderes Tempo an den Tag legt. Ja, und du sagst, wir kommen nicht vorwärts, weil der andere ist so langsam. Der andere muss alles immer überdenken und prüfen. Ja, das dauert mir viel zu lange. Die Königin der Stäbe, die wird ja schnell ungeduldig. Es ist auch möglich, dass hier Finanzen eine Rolle spielen, dass du etwas Bestimmtes haben möchtest. Aber das Finanzielle entwickelt sich viel langsamer. Zum Beispiel, du hast hier irgendwie ein neues Business gestartet, ja, ein neues Geschäftsmodell. Und du butterst da deine ganze Zeit und Energiekraft da rein. Und trotzdem, ja, finanziell tut sich da wenig, ja. Und dann am Dienstag haben wir nämlich, glaube ich, den springenden Punkt. Da haben wir den Gehinkten und fünf der Münzen. Da wirst du erkennen, woran es liegt. Du wirst hier mit dem Gehinkten genauer drauf schauen und erkennen, wo der Mangel ist, was nicht stimmt. Und wenn du das erkannt hast, dann hast du natürlich auch den Schlüssel, um entsprechende Schritte einzuleiten, um das zu verbessern, ja, um da rauszukommen, um von fünfter Münzen hier in sechster Stäbe in diesen Erfolg reinzukommen. Was brauche ich? Was fehlt mir? Und wenn es mir fehlt, wo kann ich es mir holen? Was kann ich dafür tun? Ja, das ist hier auf den ersten Moment etwas erschreckend, etwas ernüchternd, was du hier erkennst, aber es wird dich langfristig weiterbringen. Ja, weil, wie gesagt, du brauchst ja diesen Schlüssel, sonst kommst du aus dem Gehinktenmodus ja nicht raus. Am Mittwoch, was haben wir denn da? Neun der Kelche und die Königin der Kelche. Ein sehr romantischer Tag, ein emotionaler Tag. Ja, dir geht es insgesamt ganz gut, lieber Widder. Du könntest aber dich so ein bisschen in deinen Gefühlen, Emotionen verlieren, ja. Etwas könnte dir hier sehr nahe gehen oder du betrachtest diese Situation hier viel zu emotionell. Ja, viel zu emotional bedeutet, ja, ich, armes Schweinchen irgendwie, keiner meint gut mit mir, alle sind ungerecht. Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. Also komm da raus, weil du hast hier mit Neun der Kelche sehr viele Inputs, sehr viele Möglichkeiten, die dich rundherum glücklich machen können. Hier könnte auch eine schöne Überraschung auf dich warten oder auch jemand aus Kelchenergie. Ein Krebs, ein Skorpion oder ein Fisch könnte dich hier sehr positiv überraschen am Mittwoch, dir eine große Freude machen, ja. Aber diese beiden Karten stehen auch dafür, dass es innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft sehr gefühlsbetont zugeht. Am Donnerstag haben wir die Weltkarte und das Rad des Schicksals. Ein wichtiger Tag für dich in dieser Woche, lieber Widder. Es sind zwei große Arcanas und da sage ich immer, möglich, dass an dem Tag nur ein Sack Reis umfällt, ja. Dass nichts Großartiges passiert und du sagst, äh, wie große Arcanas. Heute ist ja gar nichts passiert, ich war arbeiten, dann habe ich was gegessen und bin schlafen gegangen. Aber es geht darum, dass hier energetisch an diesem Tag sozusagen ein Meilenstein gelegt wird, ja. Etwas Wichtiges passiert hier energetisch für dich, was du in Zukunft erkennen wirst. Es geht um den Abschluss eines gewissen Kapitels, ja. Und damit auch den Eintritt in eine neue Lebensphase, hier mit dem Rad des Schicksals. Das ist ja Jupiter-Energie. Passiert hier etwas, was für dich positiv ist, was dir Glück bringt, ja. Was dich aus einer bestimmten Situation auch rausholt, hier die Weltkarte. Man schließt mit irgendeinem Kapitel ab und dann kann man in was Neues reingehen. Und dafür wird hier der Grundstein gelegt am Donnerstag, ja, für sehr viel Erfolg und sehr viel Glück in deinem Leben. Am Freitag 3 der Münzen und 6 der Kirche. Möglich, dass du es da mit anderen Leuten zu tun hast, vorrangig Familie, Partnerschaft. Mehrere Leute kommen hier irgendwo zusammen. Zusammen, man bastelt hier an einer Idee, an einem Vorhaben, an einem Projekt. Dieses Projekt, das ist nichts im Alleingang. Es ist etwas, wo du mit anderen zusammenarbeitest. Möglich, dass es etwas kreativ-künstlerisches ist. Möglich, dass es was mit Kindern ist, ja. Möglich aber auch, dass es ein Projekt ist, was du früher schon mal gerne gemacht hast, ja. Und dann hast du das irgendwie beiseite gelegt, weil du hattest keine Zeit oder was mit anderen Sachen beschäftigt. Und jetzt wird das wieder rausgeholt. Eine alte Idee wird rausgeholt. Und man setzt sich hier zusammen und brütet, wie kann man das erfolgreich aufbauen, ja. Wie kann man das wieder ins Leben erwecken und das groß machen, erfolgreich langfristig machen. Also eine sehr schöne Energie ist das, ja. Es ist etwas, was dich sehr glücklich und zufrieden macht. Daran arbeitest du hier am Freitag mit anderen Menschen zusammen. Ja, am Samstag der Stern und Zehn der Münzen. Wow. Ein Tag, der dir gefallen dürfte. Lieber Widder, du bist hier auch auf jeden Fall Untermenschen am Sonntag. Du bist irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs. Entweder triffst du dich mit deinen Liebsten, mit deiner Familie, mit deinen Freunden irgendwo von mir aus im Garten. Oder du gehst alleine los und bist hier unter Leuten. Zehn der Münzen. Ja, in bester Gesellschaft hier mit der Sternkarte. Da ist jemand dabei, der dir sehr gut gefällt, der dich inspiriert. Der dir vielleicht auch neue Ideen bringt. Möglich auch, dass du hier am Samstag in der Öffentlichkeit unterwegs bist und jemand sieht dich und sagt, wow, Widder ist mein Stern. Widder ist, ja, alles, was ich gesucht habe. Meine Wunscherfüllung. Also große Wünsche, sehr viel Glück, sehr viel Heilung und Schutz hier am Samstag. Vor allem für dich und deine Familie. Ein wunderbarer Tag. Dann am Sonntag der König der Münzen und 5. der Kelche. Ja, irgendwas ist hier traurig am Sonntag. Ein Verlust, ja. Eine Enttäuschung liegt hier da. Ich weiß nicht, entweder bist du das hier, lieber Widder, als König der Münzen. Dann hat das hier was mit Stabilität zu tun, mit Langfristigkeit. Jemand sagt, langfristig kann ich mir das nicht vorstellen mit dir. Ja, kann auch irgendein Projekt betreffen. Ja, kann auch sein, dass es hier ein anderer Mensch ist, ein Erdzeichen oder Erdzeichen betont. Jungfrau, Stier oder Steinbock. Ja, dass jemand sich hier in Bezug auf die Finanzen auch zurückhält. Ja, hier könnte es auch generell um Finanzielles gehen, dass die Finanzen hier nicht so richtig passen für das, was man umsetzen möchte. Und deswegen ist hier eine gewisse Traurigkeit, eine Ernüchterung diesbezüglich. Ja, also irgendwas ist hier am Sonntag. Irgendeiner ist traurig, muss hier in einen sauren Apfel beißen, weil etwas nicht funktioniert, etwas nicht vorangeht. Ja, lieber Beda, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Ciao, ciao. Hallo, liebe Stiere, ich habe als Wochenkarte die Liebenden für euch gezogen. Zum einen steht diese Karte für eine große Entscheidung von großer Tragweite. Ja, diese Entscheidung wird langfristige Konsequenzen bedeuten. Zum anderen kann die Karte die Liebenden anzeigen, dass hier Menschen zusammengeführt werden, die eine bestimmte Aufgabe haben. Ja, die werden vom Universum zusammengebracht, um einen bestimmten Entwicklungszyklus gemeinsam zu erleben. Ja, am Montag haben wir die Gerechtigkeit und den Herrscher. Die Gerechtigkeit hat ja auch viel mit Entscheidungen zu tun. Ja, es geht hier um kluge Entscheidungen mit dem Herrscher. Es geht um Entscheidungen von langfristiger Dauer. Ja, also hier geht es wirklich um sehr schwerwiegende Entscheidungen. Ja, ernste Entscheidungen. Diese Entscheidungen, die hier getroffen werden, die sind nicht einfach so verspielt und lustig, dass man einfach aus irgendeinem Lustgefühl etwas entscheidet. Nein, hier geht es wirklich um sehr ernsthafte Themen. Ja, hier ist der Herrscher. Möglich, dass hier es um einen Vorgesetzten geht, um ein berufliches Thema, ein behördliches Thema, vielleicht sogar auch gerichtlich. Ja, hier könnte auch eine Gerichtsentscheidung anstehen am Montag. Ja, hier am Dienstag haben wir wieder den Herrscher. Also entweder bist du in der Herrscherenergie, Montag und Dienstag, dass du sehr klar, sehr bestimmt das Zepte an dich nimmst und sagst bis hierhin und nicht weiter. Alter, ich entscheide jetzt und ich entscheide in meinem Sinne. Ja, ich entscheide im Sinne des Übergeordneten. Also hier geht es nicht um Gefühle, hier geht es nicht um Emotionen oder Gelüste, sondern beim Herrscher geht es um eine klare Ordnung. Ja, da sagt man, das gehört sich so, das ist Gesetz, das ist hier eine Regel bei mir und deswegen wird das so und so gemacht. Ja, am Dienstag hier der Herrscher mit dem ersten Münzen. Ich denke mal, hier wird eine Entscheidung getroffen, sich auf etwas einzulassen, ja, irgendwo hin zu investieren, etwas anzubieten, etwas anzugehen, etwas Neues zu starten. Es ist eine Münze und das ist sehr gut, weil ich habe ja gesagt, das ist hier ein sehr ernstes Thema, relativ gewichtig für dein Leben und entweder bist du das oder hier ein Gegenüber. Ja, hier kommt ein Angebot und auch diese Münze ist ja ernst, die ist ja solide. Ja, die Münze steht für Langfristigkeit. Da, wo man etwas, wo man diese Münze hin investiert, soll fruchtbarer Boden und dann sollen da fruchtbare Pflanzen draus wachsen. Langfristig, ergiebig, nachhaltig, ja. Das soll hier Geld bringen, das soll Stabilität bringen, ja. Sehr, sehr gut. Also, hier passiert etwas relativ Wichtiges Montag und Dienstag für dich, ja. Sei da achtsam und geh gut organisiert an die Sache ran, egal mit wem du es hier zu tun hast. Es ist wichtig, dass du gut organisiert bist, gut vorbereitet bist auf diese zwei Tage. Am Mittwoch, die hohe Priesterin und drei der Stäbe, du machst hier Pläne, ja. Du machst hier Pläne, du bist optimistisch, du bist zuversichtlich, ja, voller Schwung. Du kriegst am Mittwoch Eingebungen, wie du konkret diesen Weg beschreiten sollst. Ja, hier geht es um Vorbereitungen, wie gesagt, Planung, irgendwas zusammenstellen, Informationen einholen, so die nächsten Schritte überlegen. Und du kriegst hier wirklich sehr gute Impulse. Achte auf dein Gefühl, so was sagt deine innere Stimme. Die wird dich sehr gut leiten und dir sagen, was hier das Richtige zu tun ist. Am Donnerstag, der Tod und der Ritter der Münzen. Ja, mit dem Ritter der Münzen geht es vielleicht um deine Arbeit oder es geht um etwas Finanzielles. Etwas stagniert hier sehr stark am Donnerstag. Beziehungsweise du überlegst hier auch mit der Todeskarte, wie du im Bereich Finanzen oder langfristige Projekte effizienter werden kannst. Wie du schneller vorankommen kannst, wie du mehr Geld machen kannst, ja. Hier mit der Todeskarte ist es wichtig, dass du dein Vorgehen überdenkst, weil da gibt es irgendetwas, was du verändern solltest, damit dieser Ritter hier schneller läuft. Ja, damit dieser Erfolg, der hier angezeigt ist mit dem Ritter der Stäbe, mit dem Ritter der Münzen, Entschuldigung, einfach vielleicht ein bisschen schneller läuft. Ja, und wo du vielleicht weniger arbeiten musst, aber dafür mehr ernten kannst. Das ist etwas, was du verändern solltest diesbezüglich. Am Freitag, die Königin der Stäbe und die Herrscherin, die Herrscherin, das bist du. Ja, sehr viel Feuer ist hier, sehr viel Macht auch am Freitag. Entweder hast du es hier mit einem Feuerzeichen zu tun, vorrangig Schützelöwe. Schützelöwe könnte aber auch Widder sein. Ja, du hast es hier mit einem Feuerzeichen zu tun. Das Treffen wird sehr leidenschaftlich, sehr feurig, ja. Also wenn du hier so ein Date hast oder so, das geht hier schon zur Sache. Hier könnte es um Familienthemen gehen, hier könnte es um Schwangerschaft gehen am Freitag. Da ist sehr viel los, da ist sehr viel Feuer. Ja, ja, ein Tag, an dem viel entstehen kann. Also hier sind die Flammen wirklich lichterlob, brennt das hier. Du brennst hier für jemanden oder jemand brennt für dich. Also Leidenschaft pur, es ist alles da. Ja, also hier sind zwei Frauen abgebildet. Möglich, dass du es hier auch mit Frauen zu tun hast, vorrangig am Freitag. Ja, wenn du hier etwas Bestimmtes alleine umsetzen möchtest am Freitag, hast du die Power. Du hast hier alles. Du gehst hier auch relativ egoistisch vor. Ja, du kannst hier mit einem gesunden Egoismus deine Ziele erreichen. Also Freitag ist ein sehr, sehr erfolgreicher Tag für dich. Am Samstag Zehn der Kirche und Fünfter Münzen Innerhalb der Partnerschaft, innerhalb der Familie gibt es irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, jemand spielt da nicht so richtig mit. Jemand fühlt sich hier ausgeschlossen, fühlt sich gemobbt oder vernachlässigt. Jemand könnte hier auch zu einer gewissen Veranstaltung nicht eingeladen werden. Ist nicht erwünscht auf irgendeiner geselligen Veranstaltung. Etwas kommt hier vielleicht auch nicht zustande. Weil die Ressourcen nicht da sind, weil es nicht geht. Irgendwas klappt hier nicht am Samstag. Es geht um ein Zusammentreffen mit anderen Menschen. Es geht um die Liebe. Vielleicht geht es auch um eine Verabredung, die du dir sehr gewünscht hast, ja, die du leider absagen musst oder jemand sagt dir ab. Ja, und daraus entsteht sehr viel Unsicherheit, sagen wir es mal so. Ja, hier könnte auch finanziell ein gewisser Wunsch nicht erfüllt werden. Sagen wir mal, du müsstest dir etwas kaufen, ja, was du dir schon länger vom Herzen wünschst. Aber jetzt stellst du fest, das geht nicht finanziell. Ja, das ist finanziell nicht zu stemmen. Ja, sagen wir mal, du müsstest dir ein neues Auto kaufen und hast da irgendein bestimmtes Auto im Sinn. Und jetzt stellst du fest, oje, das Budget gibt es momentan nicht her. Ich muss da auf einen anderen Wagen umsteigen. Ja, ich muss mich hier mit einem kleineren Wagen zufriedengeben, so etwas in der Art. Am Sonntag. Die Königin der Schwerter und die Todeskarte. Jetzt haben wir die Todeskarte hier zum zweiten Mal. Du wirst hier am Sonntag zum zweiten Mal aufgefordert, etwas grundlegend zu verändern. Von einer Idee abzuweichen, vielleicht auch Menschen hinter dir zu lassen. Die Königin der Schwerter, die ist logisch orientiert, die ist auch strategisch schlau. Die Königin der Schwerter schneidet aber auch mit dem Schwert etwas ab. Ja, etwas ist eine ähnliche Energie wie hier am Donnerstag. Etwas passt nicht mehr. Ja, du musst hier etwas verändern und ich glaube, es geht hier mitunter auch ums Finanzielle. Ja. Hier könnte auch in Bezug auf die Kommunikation eine Richtungsänderung eingeschlagen werden, dass man ab heute zum Beispiel mit einem gewissen Menschen anders kommuniziert. Ja, klarer kommuniziert. Hier werden auch deutliche Worte gesprochen. Die Königin der Schwerter, die kann sich durchsetzen. Die sagt einfach direkt heraus, was sie möchte. Hier könnte auch wirklich jemand mit klaren, harten Worten für ein Ende sorgen. Aber für ein gesundes Ende, ja. Weil hier muss sich ja etwas verändern, definitiv. Und wenn du das hier am Donnerstag nicht schaffst oder nicht in Angriff nimmst, dann kommt es spätestens am Sonntag und holt dich ein. Gut. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, liebe Stiere. Macht's gut, ja. Vielleicht bis bald wieder. Ciao. Liebe Zwillinge, ich habe als Wochenenergie die Sonnenkarte für euch gezogen. Das ist die beste Karte im Tarot. Ja, steht für positive Energie. Es steht für Kraft, Balance, für Klarheit. Ja, es gibt auch etwas, was dir in dieser Woche deutlich und klar wird. Und grundsätzlich sagt mir die Sonnenenergie, egal was hier passiert in dieser Woche, du bist beschützt, du bist geschützt. Ja, auch Probleme, die hier auftauchen sollten, wirst du relativ gut in den Griff bekommen. Sehr schön. Der Montag startet hier mit 6 der Stäbe und der Hierophant. Ja, Erfolg. Du kannst dich hier durchsetzen in einer bestimmten Angelegenheit. Es ist etwas Wichtiges hier mit dem Hierophanten. Ein wichtiges Anliegen kann hier für dich zum Positiven nach vorne gehen, ja. Ja, möglich auch, dass du dich hier von jemandem beraten lässt, der in dieser speziellen Angelegenheit über sehr viel Erfahrung verfügt. Hier ist ein Berater mit dem Hierophanten. Dieser Berater könnte dir sagen, wie du hier zum Erfolg kommst, wie du das bekommen kannst, was du dir wünschst, was du möchtest. Ja, du bist hier auch generell recht durchsetzungsstark, weil du hier an dich glaubst und Aktivität ist hier der Schlüssel zum Erfolg, ja. Geh in Aktion. Mach einen Schritt nach vorne. Tu etwas. Und das bringt hier sozusagen diesen Durchbruch für dich. Ja, also nicht passiv verharren am Montag, sondern wirklich aktiv werden. Am Dienstag ist eher das Gegenteil. Wir haben hier den Ritter der Stäbe und den König der Kelche. Hier könnte man aufgrund von Emotionen, Unsicherheiten schnell mal das Fass zum Überlaufen bringen. Man könnte hier übertreiben oder aus einer Unsicherheit und Unruhe heraus etwas tun, was vielleicht nicht so gut durchdacht ist bis zum Ende, ja. Ja, also hier sind starke Gefühle am Wirken und auch eine gewisse Unsicherheit, eine Unruhe hier mit dem Ritter der Stäbe. Ja, Hektik ist hier angesagt, irgendwie nervöse Manöver und man neigt dazu, sich hier zu stark von den Impulsen, von Gefühlen auch beeinflussen zu lassen. Hier ist es vielleicht ganz gut angeraten, mehr Vernunft an den Tag zu legen, mehr mit dem Verstand die Sachen zu betrachten, weil die Neigung ist hier groß, dass man hier schnell mal irgendwas macht, was sich zum späteren Zeitpunkt als Übertreibung herausstellt oder unnötig. Am Mittwoch, Sechst der Münzen und der Ritter der Kelche ist die kleine Gerechtigkeit. Ja, irgendwo geht es hier um den Ausgleich, ja. In irgendeine bestimmte Angelegenheit soll hier eine Gerechtigkeit reinkommen und das wird es auch, denke ich mal, auf eine sehr harmonische, liebliche Art und Weise. Hier wird etwas gerade gestellt, richtig gestellt, ein Chaos, eine Unruhe, die vorher herrschte, wird hier wieder beruhigt. Man kommuniziert hier auch relativ harmonisch und gerechtigkeitsliebend miteinander. Also auch wenn es um finanzielle Investitionen, um finanzielle Ausgaben geht, ist hier der Tag relativ gut dafür, eine gesunde Harmonie herzustellen. Also hier nicht zu viel Geld auszugeben, wenn du etwas hier kaufst am Mittwoch, dann wird es sozusagen im Rahmen bleiben. Dann hast du dich hier im Griff, also da kannst du ruhig am Mittwoch shoppen gehen und du wirst nicht pleite danach. Die Kreditkarte ist dann nicht glühend heiß, wenn du nach Hause kommst, ja, weil mit Sechst der Münzen hast du dich da im Griff. So, am Donnerstag, die Sonne und die Königin der Kelche, wir haben hier übrigens ein paar zu liegen, ein König und eine Königin der Kelche, ja, was die Liebe angeht, sieht es hier relativ harmonisch aus. Wir haben schon wieder die Sonne jetzt hier zweimal in deiner Wochenlegung und diese Königin der Kelche, also möglich, dass du es hier mit einem Wasserzeichen auch zu tun hast, ne, Fische, Skorpion oder Krebs, da läuft es sehr, sehr gut. Gut, hier kommt auch sehr viel Klarheit in eine bestimmte Angelegenheit, ja, möglich, dass auch in der Liebe etwas geklärt werden müsste, in der Partnerschaft, das wird es, das wird auf jeden Fall passieren. Aber sehr, sehr harmonisch, lieblich, liebevoll, der Umgang, sehr viel Liebe liegt hier in der Luft, romantische Gefühle, eine romantische Zusammenkunft. Ja, du bekommst hier sehr viel Liebe am Donnerstag, lieber Zwilling. Am Freitag zeigt sich was Neues, der Page der Kelche und das erste Münzen. Ein neues Projekt, ein neues Vorhaben, ein neuer Mensch zeigt sich hier. Am Anfang weiß man nicht so recht, passt das, passt das nicht, möchte man das haben oder auch nicht. Hier zeigt sich aber ein erste Münzen, also wenn man hier sich darauf einlässt, ist es etwas Langfristiges, etwas Solides und Vernünftiges, ja, mit Zukunftsperspektiven. Die Frage ist, willst du das haben, willst du das nicht haben? Also bei dem ersten Münzen ist es halt auch erforderlich, dass man da Kraft und Zeit und Geld investiert in diese Angelegenheit, damit die auch tatsächlich langfristig fruchtbar wird, ja, man kann auch sagen, nö, will ich nicht haben, brauche ich gerade nicht, ja, dann geht diese Chance wieder vorbei. Und wenn man das, wie gesagt, in Angriff nehmen möchte, dann, ja, ist es notwendig, dass man hier auch Zeit investiert. Wenn das hier ein neuer Mensch ist, ja, wenn du jetzt sozusagen Single bist und du sagst, ich möchte jemanden kennenlernen, bietet sich der Freitag sehr gut dafür, jemanden neuen kennenzulernen und daraus könnte auch langfristig was entstehen. Nur weiß ich nicht, ob das hier deine Energie ist, weil du bist ja eine Königin, ein König der Schwerter und das ist hier eine, ja, das ist hier so eine Kraft, die viel Investment, viel Zeit erfordert. Hier ist jemand, der viel Aufmerksamkeit benötigt, ja, wo man vorsichtig das Ganze und auch langsam angehen müsste, um hier etwas auf die Beine zu stellen. Am Samstag der Gehengte und Zehn der Schwerter. Ja, wenn sich etwas am Samstag nicht bewegt und du das Gefühl hast, du steckst da seit Ewigkeiten fest und irgendwas geht nicht voran, schau bitte nochmal genauer hin, dann wirst du feststellen, irgendwas ist hier schon länger nicht mehr für dich brauchbar, irgendwas hat sich ausgelaufen, irgendwas soll beendet werden, ja, schaust du genauer an, irgendwas ist hier einfach schon durch. Es berührt einen nicht mehr, man hat da keine Lust mehr miteinander zu sprechen, man hat keine Lust, sich mit einem gewissen Projekt zu beschäftigen, ja, etwas ist hier an einen Punkt geraten, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, sich damit weiter zu beschäftigen, ja, es ist besser, es ruhen zu lassen, es einfach loszulassen, weil es einem gar nicht mehr dienlich ist. Ja, hier folgt da die Todeskarte auf den Gehengten. Ja, es geht darum, das zu akzeptieren, das anzunehmen, dann wird das auch leichter. Am Sonntag vier der Stäbe und die Königin der Münzen. Ja, ich denke mal, am Sonntag bist du zu Hause. Du bist definitiv zu Hause oder bei jemandem zu Hause, vielleicht bist du bei deiner Mutter zu Hause, bei deinen Eltern oder du bist mit deiner Familie irgendwie, mach dir was zu Hause. Also, aber es ist schön, es ist ruhig, es ist entspannt, ja. Man hat hier gute Zeit, es ist harmonisch, es ist liebevoll, man kümmert sich umeinander, vielleicht kocht ihr da was zusammen, führt schöne Gespräche, trinkt Kaffee. Also, ja, es passiert hier nichts Großartiges, aber dafür ist es umso ruhiger, umso kuscheliger. Wenn du sagst, nö, ich habe keine Familie, ich habe auch keinen Partner, gar nichts, ich lebe alleine, dann bist du halt eben zu Hause in deinen eigenen vier Wänden und machst da alles schön. Weiß was ich, du machst dir deinen Wochenputz oder dekorierst die Wohnung um und damit hast du auch deine Freude. Also, ja, gut, das war es auch schon. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche mit dieser doppelten Sonnenenergie, wird es auf jeden Fall für euch schön werden. Alles, alles Liebe von meiner Seite, macht's gut, ciao! Liebe Krebse, ich habe als Wochenkarte die Welt für euch gezogen, die taucht hier am Samstag nochmals auf. Ja, das Thema der Woche, es geht um eine kleine Prüfung, irgendwas soll abgeschlossen werden, es wird geprüft, ob du gut zugehört hast, ob du gut gelernt hast, ob du deine Aufgaben bewältigt hast, ja, die gestellten Aufgaben verstanden und auch umgesetzt hast, weil die Weltkarte ist auch Saturnenergie. Bei Saturn geht es um Disziplin, es geht um Ehrgeiz, es geht um Fleiß, ja. Ja, da geht es darum, eine gewisse Aufgabe, die vielleicht sich etwas anstrengend anfühlt, erfolgreich zu meistern. Am Montag haben wir den Herrscher und vier der Stäbe. Ja, hier könnte es um häusliche Angelegenheiten gehen, das ist eher ein Feiertag. Ja, du bist zu Hause, es ist alles geordnet, es ist strukturiert, alles ist an seinem Platz. Es ist auch vielleicht ein bisschen stark, je nachdem, was du da am Montag machen möchtest. Hier könnte eine väterliche Figur, kann auch eine Frau sein, ja, eine Figur, jemand, der sehr väterlich auftritt, sehr viel Verantwortung übernehmen kann und möchte, spielt hier eine große Rolle am Montag. Möglich auch, dass dir ein Herrscher hier gewisse Vorgaben macht am Montag, was zu tun ist, dass hier dieser Herrscher sozusagen die Kontrolle über diesen Tag übernimmt. Ja, jemand leitet das hier sehr stark an und sagt, wo es lang geht. Jemand macht hier eine gewisse Struktur für diesen Tag. Es ist also sehr gut organisiert, es ist strukturiert, aber auch gewissermaßen auch starr. Also da bleibt wenig Spielraum für irgendwelche Experimente oder lustige Sequenzen. Es ist eher ein ernster Tag für dich. Am Dienstag ist es da wieder ganz anders. Der Page, der Stäbe und der Wagen. Ja, du bist recht munter am Dienstag. Hier ist deine Karte. Du bist unterwegs. Du bist viel unterwegs. Vielleicht auch am Feierabend. Du bist hier offen für neue Kontakte, für neue Impulse. Du willst auf jeden Fall Action haben am Dienstag. Bloß nicht irgendwas Langweiliges, bloß nicht irgendwie das Alte, das Altbewährte. Du willst hier neue Wege beschreiten, neue Sachen ausprobieren. Du bist offen dafür und mutig. Ja, etwas frech bist du an diesem Tag. Du kommunizierst auch sehr gerne mit anderen Menschen. Du zeigst dich. Du zeigst dich so, wie du bist am Dienstag. Das ist sehr schön. Relativ authentisch, die Energie. Und auch wenn du irgendwas falsch machst am Dienstag oder dir irgendwas in eine Tasse runterfällt oder du da einen kleinen Fehler machst, über die Stränge schlägst, das macht hier nichts. Also das wird hier völlig akzeptiert, ja, dass du hier deinen fröhlichen Flippertag hast. So am Mittwoch. Sechs der Stäbe und vier der Schwerter. Hm. Entweder machst du hier etwas im Geheimen, ja. Du machst hier etwas, wo du von anderen Anerkennung bekommst und jemandem anderen verschweigst du das. Möglich, dass du dich hier etwas traust am Mittwoch, was ein anderer vielleicht nicht gerne hören würde. Also du machst etwas, wo du sagst, oh, wenn das der und der wüsste, da gäbe es ja Ärger. Du machst es trotzdem. Möglich auch an dem Tag, dass sich hier jemand sehr herrisch in Bezug auf dich verhält, ja, sehr dominant, sehr bestimmend. Jemand will sich hier im Vordergrund drücken. Wenn das passiert, dann schweigst du dazu. Dann sagst du gar nichts dazu. Ja. Du lässt den anderen da so seinen Auftritt machen und denkst dir deinen Teil und gut ist. Ja. Möglich auch, dass du das bist, ja, dass du hier mit sechster Stäbe total übertreibst und sagst, ja, ich kann das alles und ich bin so toll und ich bin so sexy und du musst doch zu mir gucken, du musst doch zu mir hochsehen, du musst mich doch beachten, dass du dich hier mit etwas brüstest, etwas im Vordergrund schiebst und jemand hier aber gleichzeitig deine Energie nicht teilen kann, ja, dass jemand hier deinem Feuerelan nicht sozusagen folgen kann, weil hier mit Viederschwerter ist jemand so ein bisschen angeschlagen auch, ja, zieht sich hier stark zurück, will weniger sprechen, weniger kommunizieren, braucht hier seine Ruhe. Also einer ist hier sehr aktiv und der andere braucht hier sehr viel Ruhe und will gar nicht reden. Hm. Am Donnerstag, sieben der Schwerter und der Magier. Uh, ja, lieber Krebs, du versuchst dich da aus etwas rauszudrehen, ja. Du suchst hier Ausreden, Ausflüchte, weil du eine gewisse Entscheidung ähm, hinaus zögern möchtest. Ja. Weil du hast nämlich hier noch irgend so ein Ass im Ärmel. Du hast hier eine Alternative und du willst dich nicht festlegen, weil du, die Alternative könnte ja besser sein hier mit dem Magier. Also möglich, dass dich jemand vor eine Entscheidung stellt am Donnerstag und du weichst aus, weil du sagst, ich kann mich da nicht entscheiden, womöglich kommt noch was Besseres. Natürlich ist auch möglich, dass jemand in deinem Umfeld so agiert, ja. Dass, wenn du zum Beispiel jetzt eine Entscheidung von jemandem haben möchtest, dass, äh, dieser andere Mensch dir ausweicht, dir irgendwelche kleinen Notlügen präsentiert, weil dieser Mensch sich hier etwas offen halten möchte. Also ist auch eine starke Manipulationsenergie hier mit dem Magier. Ähm. Samerko-Energie und sieben der Schwerter, da geht es ja auch um Kommunikation, also aufpassen, hier am Donnerstag, hier ist die Kommunikation nicht so ganz transparent. Ähm. Ähm. Auch Achtung, hier bei Kaufverträgen, verbindlichen Verträgen von Langfristigkeit, wenn möglich, verschieben, sich nicht an diesem Tag auf irgendetwas festlegen, weil die Tendenz ist groß, ähm, dass man sich das nochmal anders überlegt. Ja, dass die Entscheidung, die hier getroffen wird, zum späteren Zeitpunkt vielleicht doch nicht mehr gilt oder dass jemand einem eine Zusage macht, die dann später nicht eingehalten werden kann. Also lieber den Tag so ein bisschen oberflächlich gestalten, ja, die Kommunikation nicht so tiefgründig gestalten, lieber über so Alltagssachen reden, wenn es was zu reden gibt, aber keine tiefsinnigen Gespräche an diesem Tag führen und schon gar nicht irgendwelche Verträge abschließen. so am Freitag zwei der Münzen und fünf der Kelche. Ja, hier liegt eine Traurigkeit, eine Enttäuschung auf emotionaler Ebene. Ähm, ja, jemand ist hier enttäuscht und sehr, sehr traurig. Und ein anderer probiert hier mit allen möglichen Sachen den anderen aufzumuntern, ja. Jemand probiert hier mit zwei der Münzen den anderen aufzumuntern und zu sagen, hey, ist doch alles nicht so schlimm, guck mal, hier stehen noch zwei der Kelche. Ja, aber diese Figur hier mit diesem schwarzen Umhang schaut ja auf diese umgekippten drei der Kelche. Zwei stehen aber noch und hier sind zwei der Münzen. Also entweder überlegt man, ob man hier noch was retten kann und wie man das machen sollte mit zwei der Münzen überlegt man, wie man konstruktiv hier eine Situation die schon länger in die Schieflage geraten ist, noch mal retten könnte. Was kann man dafür effektiv tun? Ja. Ja, man überlegt hier sehr stark. Man könnte hier aber auch überlegen, ob eine emotionelle Verbindung, die hier einen Schaden erlitten hat, die hier sozusagen gebrochen ist, noch mal reparieren kann, überhaupt. ja, das überlegt man auch. Und selbst wenn, was soll man dafür tun? Also man müsste hier die Münzen, man müsste hier tatsächlich etwas grundlegend verändern, um hier diese zwei Kelche wieder zum Leben zu bringen. Ja, das ist hier das Thema am Freitag. Am Samstag vier der Stäbe und die Weltkarte, die wir hier auch oben haben, als Themenkarte. Ja, vier der Stäbe und die Welt. Das ist so ein Zusammentreffen mit anderen Menschen zu Hause oder in einem bestimmten Ort. Und da, das ist wie eine Prüfungssituation. Möglich, dass du irgendeine Prüfung ablegst am Samstag. Ja, hier sind auch andere Menschen mit dabei. Es geht hier um Feuereifer, es geht hier um Engagement, aber es geht hier auch um Durchhaltevermögen. Bei dieser Angelegenheit. Ja, Saturnkarte, es geht hier um Zähigkeit. Ich halte das durch. Ich kann da Stand halten. Also, was hier am Samstag nicht angebracht ist, sind Emotionen. Die sind hier überhaupt nicht hilfreich. Oder zu viel Gefühl. Hier wird Leistung abverlangt. Hier werden konkrete Leistungen gefordert. Was kann man hier tatsächlich bewegen? Hier könnte es auch um eine grundlegende Veränderung im häuslichen Bereich gehen, dass man hier etwas lernt, was das Häusliche anbetrifft. Die Familie oder auch ein Freundeskreis, die Partnerschaft. Hier ist eine Lernaufgabe damit gekoppelt. hast du alles gelernt, damit diese vier Stäbe stabil stehen können. Ja, aber ein sehr erfolgreicher Tag mit vier der Stäbe. Also, es wird alles sehr gut. Aber eine kleine Prüfung ist hier versteckt. Am Sonntag, da haben wir zweimal den Teufel lieber Krebs. Ja, was soll ich sagen? Also, hier liegt eine Verführung in der Luft. Hier zeigt sich etwas verführerisch. Vielleicht möchtest du unbedingt etwas machen, etwas umsetzen, was dir selbst schadet, was dir nicht so gut tut. Hier könnte auch jemand generell sehr viel Druck aufbauen, eine Obsession, Überredungskünste. Ja, hier sehen wir den Teufel, der die zwei Kinder hier überredet, etwas zu tun. Hier sind Ketten. Ketten, Zwänge, Niedrigere Gelüste. Möglich auch, dass hier nichts Großartiges passiert an dem Tag, aber du spielst da fünf Stunden Konsole oder zockst irgendwie ums Geld oder du isst zu viel. Ja, möglich, dass du was kochst, was ganz Leckeres und dann isst du die dreifache Portion und hast Bauchschmerzen hinterher. Also, irgendwo ist hier eine große Übertreibung und auch eine Warnung, ja, hier einfach die Balance zu halten. Zwei mal der Teufel, hier ist etwas nicht in Ordnung, ja, hier ist eine gewisse Obsession, vielleicht auch eine Idee, etwas verbissen umzusetzen. Ich will das jetzt unbedingt, ja, wie so dieses Kind mit zwei Jahren in der Trotzphase, ich will jetzt unbedingt, ja, so ist das hier am Sonntag. Ich weiß nicht, ob du das bist oder dein Gegenüber, aber du musst mal aufpassen, weil nach dem Teufel kommt ja der Turm, da kommt dann der große Knall, ja, wenn man hier eine Schippe zu viel drauflegt, dann kann das auch kippen. Liebe Krebse, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, macht's gut, ciao. Hallo liebe Löwen, ich habe drei der Stäbe als Wochenkarte für euch gezogen, es geht hier um irgendwelche Pläne, die du hast, ja, du hast da was vor und es geht darum, was wird aus diesen Plänen, ich habe den Eindruck, du musst hier noch etwas umändern, ein gewisser Plan muss verändert werden, weil so wie du es dir vorstellst, wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, ja, der Montag startet hier nämlich mit drei der Stäben und fünf der Kelche, da geht es um die Pläne, ja, das ist hier nur ein anderes Deck, drei der Stäbe, drei der Stäbe, irgendwelche Pläne zerbrechen hier, fünf der Kelche, es funktioniert nicht, ja, jemand ist hier traurig, entweder möchte jemand mit dir diese Pläne umsetzen, ja, jemand schlägt dir was vor und du sagst, nee, das will ich nicht und dann ist der andere enttäuscht oder es geht hier um deine Pläne, die du hast, ja, wo sozusagen vom Gegenüber keine Zusage kommt, keine Antwort kommt, kein grünes Licht und das macht hier traurig, das führt zu einer Enttäuschung. Hier zwei der Stäbe und vier der Schwerter auch am Dienstag, diese zwei Stäbe haben etwas mit diesem Plan hier zu tun, vielleicht überlegst du hier einen Schritt zurückzugehen in dieser Planung und etwas nochmal zu verändern, ja, vielleicht nochmal eine Alternative zu suchen, aber hier mit vier der Schwerter ist auch angezeigt, dass, ja, dass hier jemand nicht mitzieht, ja, jemand gibt dir hier keine Antwort, es findet hier keine Kommunikation statt, es kann auch was Banales sein, dass du irgendwo versuchst anzurufen, ja, weil du hier sozusagen deinen Plan nochmal ändern musst und da geht keiner ans Telefon, also hier ist irgendwo ein Stillstand in der Kommunikation, die Kommunikation ist so gewissermaßen blockiert, möglich auch, dass jemand in Bezug auf deine Vorstellungen, deine Pläne hier nicht mitmacht, ja, also jemand zieht sich hier zurück, jemand muss hier ruhen, muss das Ganze noch länger überdenken, es geht nicht so schnell in diesem Tempo voran, wie du es haben möchtest, am Mittwoch drei der Kelche und die Königin der Kelche, ein emotionaler, beschwingter Tag, du bist hier unter Menschen, du bist sehr gut drauf, sehr viel Liebe, Harmonie, ja, vielleicht triffst du dich auch mit Leuten am Feierabend, mit irgendwelchen Freunden, es ist sehr liebevoll, es ist harmonisch miteinander, man hat hier eine gute Zeit, ja, du fühlst dich hier auch geborgen, du fühlst dich aufgehoben, entweder bist du das oder ein anderer Mensch, jemand ist hier in dieser Gruppe dabei, der trotzdem irgendwelche Sorgen im Herzen hat und das aber nicht so richtig nach außen zeigen möchte, vielleicht um hier diese fröhliche Stimmung nicht zu stören, ja, jemand hält sich hier mit seinen Sorgen, mit seinem Kummer zurück, aber grundsätzlich ein sehr schöner Tag, möglich auch, dass du es hier mit Wasserenergie zu tun hast, mit dem Wasserzeichen, ja, sehr, sehr schön, am Donnerstag, etwas chaotisch, wir haben den Ritter der Stäbe und fünf der Stäbe, der Tag ist etwas chaotisch, planlos, wenn du hier etwas Wichtiges vorhast am Donnerstag, ist es unabdingbar, dass du konkret planst, ja, dass du organisatorisch stark aufgestellt bist, sonst gerät hier alles aus den Fugen, hier sind Leute dabei, die Chaos reinbringen, hier ist ein Durcheinander, hier wird auch agiert, ohne nachzudenken, ja, hier ist so ein planloses Verhalten, ja, ja, wie im Taubenschlag, es geht auch sehr hektisch zu, ja, ein chaotischer Tag, so ein bisschen, ich hoffe, du hast hier keinen wichtigen Termin, es sind zwar Stäbekarten, dass es dich sozusagen nicht fertig macht, du bist hier nicht komplett gestresst am Ende des Tages, aber es läuft vielleicht einiges nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, nimm dir da ruhig etwas Unwichtiges vor, also nicht hier unbedingt ein Verkaufsgespräch oder, dass du hier eine Wohnung anmietest oder einen Job anfängst an diesem Tag oder einen Vertrag unterschreibst, also hier ist etwas sehr, sehr unruhig, ja, die Gedanken sind auch unruhig, so, am Freitag, am Freitag sieht es schon viel besser aus, da haben wir das Aste Münzen und Rat des Schicksals, irgendeine tolle Chance zeigt sich hier am Freitag, also, wenn du hier einen Vertrag abschließen willst, dann macht es am Freitag diese Woche, ja, da steht hier wirklich unter Jupiters Schutz, ja, hier Jupiter, das Rat des Schicksals, hier geht etwas schicksalhaft für dich voran, ein positiver Aufbau, ja, also, was hier am Freitag sich zeigt, guck dir das bitte genauer an, auch wenn du sagst, nee, brauche ich gerade nicht oder passt mir nicht, guck dir das bitte genauer an, hier könnte am Freitag tatsächlich etwas reinkommen, was hier langfristig dich in eine gute Richtung bringt, ja, auch Finanzielles steht hier unter einem gewissen Segen, ja, Glücksaspekte hier am Freitag, glückliche Fügung, glückliches Investment, alles was mit Finanziellen zu tun hat oder Neuanfang, langfristige Projekte stehen hier unter einem sehr, sehr guten Stern, am Samstag die Gerechtigkeit und Neuanfang, der Kelche, eine Wunscherfüllung steht hier an, ein Wunsch wird dir erfüllt, hier wartet etwas auf dich, was dich sehr glücklich machen wird, das könnte ich hier auch mit diesen Plänen zu tun haben, die anfangs der Woche noch nicht so richtig fruchten wollen, wo vielleicht auch jemand sagt, nö, das mag ich nicht, will ich nicht machen, kriegst du hier irgendeine Zusage, ja, du wirst sehr glücklich drüber sein, hier kommt eine Wunscherfüllung und am Sonntag ist so ähnlich, ja, da bist du hier als König der Stäbe, du guckst hier in diese Wunscherfüllung rein und hier mit neun Demünzen fühlst du dich sehr wohl, du fühlst dich sicher, aufgehoben, du machst hier schon Pläne, diesbezüglich, sehr gute Tage, Samstag und Sonntag, du bist hier relativ gefestigt, ja, du glaubst hier an dich, du hast hier sozusagen eine Bestätigung, hey, so wie ich das mache, so wie ich bin, läuft das super, ja, liebe Löwen, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, ja, mögen die Pläne gelingen, alles, alles Gute, ciao, liebe Jungfrauen, ich habe als Wochenenergie den Ritter der Stäbe für euch gezogen, ja, da geht es um Feuer, es geht um Action, es geht vielleicht auch um Überraschungen, unterwegs sein, bei dem Ritter der Stäbe geht es nicht so sehr darum, etwas lange zu durchdenken, zu überdenken, sondern es geht darum, spontan zu sein, möglich auch, dass jemand spontan auf euch zukommt, euch was anbietet, mit euch was unternehmen möchte, also hier sind Überraschungen vorprogrammiert in dieser Woche, es ist ein großes Tempo, ja, mit viel Überraschungspotenzial für euch gegeben. Der Montag startet hier mit dem Eremiten und der Königin der Stäbe, der Eremit, das ist ja eure Energie, ja, beides widerspricht sich so ein bisschen, ja, weil der Eremit, der sucht so die Einsamkeit, der Eremit denkt viel nach, analysiert, durchdenkt alles, das ist so ein bisschen eine nüchterne, pragmatische Energie, während die Königin der Stäbe, das Gegenteil, ne, die ist sehr feurig, die macht Action, die überlegt nicht so lange, ja, die handelt einfach aus dem Bauch heraus. Und ja, möglich, dass es hier um ein Vorhaben geht, wo du geneigt bist, länger drüber nachzudenken, das nochmal zu durchdenken, während hier eine andere Person, mit dieser Feuerenergie, neue Energie schnelle Ergebnisse haben möchte, schnelle Resultate. Es ist auch möglich, dass du hier einen gewissen Plan aufstellst, überdenkst, wie du in Zukunft vorgehst, in Bezug auf diese Königin der Stäbe. Könnte hier ein Feuerzeichen betreffen oder jemand, der starke Feueraspekte im Horoskop hat. Ja, es ist auch möglich, dass du hier einen Plan machst, wie du deine Wünsche umsetzen kannst, wie du durchdurchsetzen kannst, wie du jemanden für dich gewinnen kannst. Ja, da überlegst du, du sitzt hier am Lagerfeuer und schmiedest hier Pläne. Was machst du als nächsten Step? Am Dienstag, der König der Kelche und das erste Münzen. Ja, hier kommt ein Angebot auf dich zu. Könnte hier von diesem König der Kelche ausgehen, ein Wasserzeichen. Jemand kommt hier auf dich zu und will dir was anbieten. Es ist ein erster Münzen, es ist etwas, was dir gefallen könnte, ja, weil es ist seriös, es ist ehrlich, es ist bodenständig, ohne viel Rumgeschnörkel und es kommt vom Herzen, ja, weil es ist ein König der Kelche. Am Mittwoch, sechs der Stäbe und neun der Schwerter. Jemand stellt sich hier in den Vordergrund und ein anderer leidet darunter. Möglich auch, dass in einer Angelegenheit, wo es vorher Streitigkeiten gab, Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten, sich hier eine bestimmte Partei durchsetzt und der andere ist traurig darüber, ja, fühlt sich hier so ein bisschen überrumpelt vielleicht auch, weil die Stäbe sind ja schnell. Jemand fühlt sich hier überrumpelt. Es geht vielleicht auch um ein gewisses Verhalten. Wenn du das bist, machst du dir vielleicht hier Vorwürfe, dass du in Bezug auf einen bestimmten Menschen, in Bezug auf eine bestimmte Situation übertrieben hast, ja, dass du über das Ziel hinausgeschossen bist, irgendwas ist hier passiert, was übertrieben war, zu viel war und dann hier für Kummer sorgt. Es ist auch möglich, wenn hier sozusagen im Vorfeld der Mut gefehlt hat, ja, einen bestimmten Schritt zu gehen, dass einem die Butter vom Brot gestrichen wurde und dann deswegen Schuldgefühle auftauchen. Warum bin ich da nicht mutiger an die Sache rangegangen? Verdammt! Ja, jetzt habe ich das verpasst. Hier könnte auch aber das Thema Eifersucht eine Rolle spielen am Mittwoch, weil jemand stark im Vordergrund steht. Vielleicht hast du einen Partner, der wird hier am Mittwoch angeflirtet und ja, du machst dir hier Sorgen oder andersrum, ja. Also Eifersucht könnte hier ein Thema sein, weil Feuer ist ja leidenschaftlich, sehr nach vorne drängend, ja. Am Donnerstag, 9 der Kelche und der Gehengte. Hier ist Glück im Verborgenen, Glück, was du erst erkennen kannst, wenn du genauer hinschaust, ja. Hier liegt etwas Schönes für dich bereit, eine kleine Überraschung oder generell Glück, welches Glück du hast und hier mit dem Gehengten, ja, ist hier eine Unzufriedenheit da. Man kann dieses Glück nicht greifen oder das Glück, ähm, ist unsichtbar. Du siehst das Glück nicht. Du musst dich hier umdrehen, du musst, äh, dir das genauer anschauen, dann erkennst du hier sozusagen den Glücksaspekt dieser Situation, ja, dass hier sehr viel für dich verborgen ist. Am Freitag, 7 der Schwerter und die Gerechtigkeit. Bitte aufpassen, liebe Jungfrauen. Am Freitag, ähm, wenn du hier versucht bist, mit kleinen Lügen, dich irgendwo rauszureden, ja, wird die Gerechtigkeit dich hier erwischen. Also hier werden Lügen aufgedeckt. Kleine Schwindeleien oder wenn sich jemand rausredet, ja, immer wieder Gründe erfindet, warum etwas nicht geht. Hier flüchtet jemand vor eine Entscheidung. Hier möchte sich jemand zurückziehen, vielleicht auch die Kommunikation verweigern. Hier möchte jemand etwas aufschieben, aber hier ist die Gerechtigkeit, ne, und das ist so eine Warnung. Wenn das hier ein wichtiges Thema ist, dann lieber bei der Wahrheit bleiben und sich fokussieren, da auch transparent kommunizieren, weil die Gerechtigkeit kann hier dann sozusagen, ähm, mit diesem Schwert der Wahrheit, ähm, eingreifen. Ja, also hier wird eingegriffen vom Universum, wenn jemand rumflunkert. Auch wenn du jetzt hier belogen wirst am Freitag, ja, dann sei gewiss, also dieser Mensch wird das hier zum späteren Zeitpunkt zu spüren bekommen. Ja, dieser Mensch kommt hier damit nicht davon. Am Samstag, 10 der Kelche und 5 der Münzen. Ich habe den Eindruck, äh, dass du hier irgendwo ausgeschlossen wirst aus einer Runde. Irgendein Sternzeichen hatte das auch. Widder oder Stier hatte das auch. Vielleicht hast du diese Aspekte im Horoskop oder du hast es mit dem Widder, mit dem Stier zu tun. Ich weiß es wirklich nicht, ob es Widder oder Stier war. Auf jeden Fall, hier findet irgendwo ein schönes Zusammentreffen statt. und jemand ist hier nicht mit dabei. Jemand fühlt sich ausgeschlossen. Jemand ist traurig. Jemand muss hier alleine seines Weges ziehen, obwohl hier andere so da im Park picknicken. Ja, vielleicht läuft hier einer in so einem Park vorbei und beobachtet die Menschen, wie sie da mit ihrer Familie Eis essen. Ja, und dann entsteht hier so eine Traurigkeit. Ach, ich bin ja so alleine. Ich habe doch niemanden. Ja, wenn du gerade wirklich alleine sein solltest. Also hier ist so die Tendenz, sich selber zu zermürben, weil man irgendwo dazugehören möchte, weil man vielleicht auch etwas nicht hat, etwas nicht hat, was einem aber dieses Glück hier verwehrt. Am Sonntag hingegen sieht es völlig anders aus. Ja, genau das Gegenteil vom Samstag. Du bist hier mit dir alleine im Reinen. Du fühlst dich wohl. Du bist ausgeglichen. Du genießt die Zeit auch alleine. Ja, vielleicht lehnst du auch sogar ein Treffen ab, weil du sagst, ich fühle mich hier alleine besser. Ich habe hier was vor. Ich will mir den Tag so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Ein Buch lesen, mir was Schönes zu essen, kochen. Möglich ist das, wenn du hier alleine unterwegs bist, dass du hier mit dem Rad des Schicksals plötzlich irgendeine schöne Erfahrung machst. Ja, so als Beispiel, du bist hier alleine auf dem Flohmarkt unterwegs und dann findest du da so einen gewissen Schatz. Ja, du findest da so eine Schatztruhe, so ein wertvolles Schmuckstück, was dir ins Auge fällt und du kannst es vielleicht noch total günstig bekommen. Also, irgendwas Tolles könnte hier passieren, wenn du alleine den Tag verbringst. Ja, schicksalhafte Fügung. Liebe Jungfrauen, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht's gut. Ciao. Liebe Wagen, ich habe für die kommende Woche fünf der Stäbe umgekehrt als Wochenenergie für euch gezogen. Das ist so eine Vermeidungstaktik. Ja, man möchte hier keinen Streit, man möchte keine Diskussionen, man will, dass sich alle lieb haben, deswegen möchte man hier nicht mit anderen aneinander geraten. Vielleicht bist du auch sehr belastet in dieser Woche, wo du sagst, ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie, wenn hier noch Leute kommen und diskutieren wollen. Der Klügere gibt nach, ich will das nicht haben. Ja, du müsstest hier ausweichen, du willst hier nicht mit jemandem dieses Kräftemessen haben. Darum geht es hier in dieser Woche. Am Montag startet das hier mit dem Page der Stäbe und mit der Königin der Stäbe. Ja, beide Stabenergie, sehr viel Feuer, Leidenschaft, Tatendrang, ja, aber auch das Thema gesunder Egoismus steht hier im Vordergrund. Ich habe hier zwei Personenkarten. Es ist möglich, wenn du hier diese Königin der Stäbe bist, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der sich nach deiner Meinung etwas unreif verhält, ja. Mit so einem Menschen kommt man auch schnell hier, kommt man schnell ins Gehege, ja, weil gerade so ein Buber der Stäbe, der will seine Kraft ermessen und der traut sich mehr zu, als er kann, ist schnell abgelenkt, könnte dich hier so ein bisschen nerven am Montag, ja, da ist tatsächlich Konfliktpotenzial gegeben. Es ist auch möglich, dass du hier konkrete Überlegungen machst, wie du etwas mehr Feuer in eine Situation, in eine Verbindung reinbringen könntest. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das Problem darin besteht, dass jemand hier den Hals nicht voll bekommt. jemand ist immer wieder abgelenkt, guckt hier gar nicht auf dich, sieht hier gar nicht, dass du eine Königin bist, ja. Du bietest hier eigentlich viel mehr wie dieser Page und trotzdem, also ist dieser Page hier mehr beeindruckt hier von der Echse und von der Katze als von dir. Und du guckst hier auch schon rüber zum Dienstag, du guckst hier auf den Herrscher rüber, als würdest du jemanden um Hilfe bitten wollen, weil der Herrscher, der sorgt halt für klare Strukturen, der kann gut organisieren, und er kann sagen, wo es lang geht. Hier haben wir auch den Ritter der Münzen drüber, ja, das ist dann schon eine etwas solidere, verlässliche Energie. Vielleicht möchtest du einfach aus dieser feurigen Experimentierphase ein etwas solides übergehen, weil das ist hier sehr feurig am Montag, sehr verspielt, aber auch anfällig für Brand, ja, Brandgefahr, zu viel Feuer. Und am Dienstag sieht das schon ein bisschen stabiler aus, allerdings geht es hier darum, mit dem Herrscher auch wirklich seinen Posten wahrzunehmen und für Ordnung zu sorgen. Ja, hier vielleicht auch Grenzen setzen, sagen, du, pass auf, so geht das nicht, wir können hier nicht den ganzen Tag spielen und rumalbern, wir müssen uns hier auch mal um das Fundament kümmern, ja, möglich, dass hier auch jemand dabei behilflich ist. Am Mittwoch die hohe Priesterin und zwei der Kelchen, ein sehr inniger Tag, ein stiller Tag, es ist sehr still am Mittwoch, aber auch recht harmonisch. Vielleicht hast du hier auch ein Treffen, ein Runde-Vu, oder auch was Vertragliches kommt hier zustande, es ist aber was Gutes, es ist positiv, es ist fruchtbar. Hier ist ein kleines Glück, was in deinem Herzen scheint, möglich, dass du hier nicht mit jedem darüber redest, möglich, dass in dir drin, ja, dieses Glück da so am Fließen ist und du das gar nicht so richtig mit der Außenwelt teilst. Ja, ich sehe dich hier nach innen gekehrt, aber sehr zufrieden, ruhig und in der Harmonie. Am Donnerstag eine Königin der Kelche und ein Ritter, ein König der Schwerter. Das bist du, liebe Waage, du bist ja der König der Schwerter. Ich habe den Eindruck, dass du hier mehr Vernunft walten lassen möchtest, was die Liebe angeht, was so deine, dein Ausdruck, der Gefühle, deine Offenheit in Bezug auf andere Menschen anbetrifft. Da sagst du, halte ich mich in Zukunft zurück. Also du überdenkst hier sozusagen deine Liebesfähigkeit, deine Hingabefähigkeit. Das kürzt du hier auch mit diesem Schwert in der Hand. Vielleicht ist hier auch Gefühl und Verstand nicht so richtig im Einklang. Dass du vom Herzen etwas so und so machen wolltest, aber der Verstand sagt dir, nee, mach das nicht. Mach es lieber so. Oder dein Verstand sagt dir, löse das Problem auf eine ganz bestimmte sachliche, formelle Art und dann sagt dir aber das Herz, nee, das wäre ja viel zu kalt, wenn du das so machst. Also hier gilt es, Kopf und Herz in Einklang zu bringen. Wenn du hier der König der Schwerter bist und hier mit einer Königin der Kelche zu tun hast, ist es auch möglich, dass jemand hier kommunikativ oder auch im Verhalten auf dich zugeht und du kannst das nicht so richtig annehmen, weil hier ist sehr viel Wasser, sehr viel Gefühl, sehr viel Emotionen, die hin und her schwappen und ich habe den Eindruck, dass du hier als König der Schwerter das am Donnerstag nicht gebrauchen kannst so richtig. Gerade wenn jemand so ein bisschen dramatisch übertrieben auf dich zukommt, das willst du nicht haben, weil der König der Schwerter, der möchte klare Fakten, der braucht auch mehr Abstand, der will da von den ganzen Gefühlen nicht so überschwemmt werden. Am Freitag zweite Münzen und Ast der Stäbe. Ja, du hast hier zwei Optionen, zwei Möglichkeiten, du versuchst dich zu entscheiden, da könnte noch ein drittes Angebot reinkommen, eine dritte Option. Warte mal ab, also wenn du dich hier auf etwas langfristig festlegen möchtest und nicht so richtig weißt, unentschieden bist, könnte hier wirklich noch ein drittes, eine dritte Option reinkommen. Es ist ja auch manchmal so, wenn wir zwei Sachen haben, nehme ich das oder nehme ich das? Ich gehe irgendwo ins Möbelhaus, ja, ich sehe Bett 1, Bett 2, mache Probeliegen, welches Bett nehme ich? Beide gefallen mir, aber ich kann mich ums Verrecken nicht entscheiden. Also bei mir ist es meistens so, dass wenn dieser Zustand eintrifft, ich habe zwei tolle Angebote, ich kann mich weder für das eine noch das andere entscheiden, dann kommt meistens später noch ein drittes Angebot. Ja, und bei dem Ast der Stäbe, da geht es um Feuer, es geht um Leidenschaft, das ist etwas, was dich neugierig macht, was dir Spaß bringt, ja, was dich so mit Energie, mit Energie versorgt, ist etwas, was dich energetisch so mitreißt, ja, beim Ast der Stäbe sagt man sehr schnell, okay, ich nehme das, weil es ist etwas, was einen sehr schnell überzeugen kann. Ja, am Samstag, Ast der Kelche und vier der Schwerter. Irgendeine Einladung wird hier abgelehnt oder muss abgelehnt werden. Hier ist eine schöne Geste, ja, mit dem Ast der Kelche, jemand will hier etwas von dir oder du möchtest jemanden sehen, daten, anrufen. Jemand ist hier voller Liebe, möchte das teilen und ein anderer braucht hier Ruhe, sagt, ich habe darauf momentan keine Lust, ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen, ich muss hier erstmal ruhen, ich muss hier etwas überdenken, ja, jemand ist hier stark am Nachdenken, muss hier eine Lösung finden und ist nicht in der Lage, dieses anzunehmen, ja, dieses Ast der Kelche. Das Ast der Kelche ist so dieses, hey, ich liebe dich, ich mag dich, wollen wir dies und das machen, ja, und vier der Schwerter ist so, ich kann nicht, ich will nicht, ja, ich brauche meine Ruhe, ich muss mich zurückziehen. so schön es auch sich hier anfühlt oder, ja, so schön es auch lieb gemeint ist, ich kann gerade nicht. Rückzug. Am Sonntag neun der Stäbe und der Ritter der Kelche. Hier ist etwas ziemlich anstrengend am Sonntag, das könnte hier was mit diesen umgedrehten fünf der Stäben zu tun haben. Jemand oder etwas ist hier anstrengend, ja, du fühlst dich herausgefordert, du bist so ein bisschen erschöpft. Es ist eine Geschichte, da gab es im Vorfeld auch schon Reibereien, es gab Meinungsverschiedenheiten, das war sehr hitzig, die Situation, ja, die Stäbe, die sind hier richtig abgebrannt, da kommt so der Rauch hoch, ja, und, ähm, jemand versucht hier mit einer liebevollen Kommunikation das Ganze so zu retten, das Ganze ein bisschen, ähm, ja, abzuwiegeln, da Frieden reinzubringen, ja, na gut, ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt die Woche, macht's gut und vielleicht bis bald wieder, ciao! Liebe Skorpione, kommende Woche als Energie, Hauptenergie, der König der Schwerter, entweder habt ihr es mit dem König der Schwerter zu tun, das ist vornehmlich Luftenergie, Wassermann, Waage oder Zwillinge oder ihr selbst, was ich hier stärker annehme, seid in dieser Energie drin, der König der Schwerter, das ist nicht so euers, ja, das ist nicht eure Art, das ist relativ kühl, distanziert, harsch, klar, direkt, aber auch hart, ja, sehr hart, ich habe das Gefühl, dass hier jemand eure Gefühle, eure warmen Gefühle nicht wertschätzt, da ist so ein warmes Gefühl in euch drin, was ihr aber nicht mehr nach außen zeigen wollt, um euch zu schützen, ja, der König hat hier dieses scharfe Schwert in der Hand, du hast von irgendwas genug, habe ich den Eindruck, du möchtest etwas so nicht mehr haben, deswegen trittst du hier sehr kühl und distanziert auf, was deine Mitmenschen betrifft. Am Montag startet das nämlich hier mit dem Ass der Kälte und mit dem König der Schwerter, da ist er wieder, also, es ist möglich, dass am Montag jemand sehr liebevoll, zärtlich auf dich zugeht und du das gar nicht annehmen kannst oder möchtest, es ist auch möglich, dass du hier mit dem König der Schwerter vieles zu klären hast, ja, Organisatorisches, Papierkram, Berufliches und du brauchst hier einen klaren Kopf, kannst dich nicht hier mit Gefühlsduselei beschäftigen, was auch möglich ist, dass du auf jemanden sehr liebevoll zugehst und dieser Mensch macht zu, ist eiskalt zu dir, ja, wenn es um irgendwelche Angebote geht, beruflicher Natur oder irgendwie Kaufvertrag, dann bist du hier sehr, sehr gut aufgestellt mit dem König der Schwerter, weil du kannst dann jede Schmeichelei und bei jedem Angebot sozusagen den Fehler, den Haken erkennen, ja, auch wenn sich etwas hier sehr glänzend, sehr schön präsentiert, lässt du hier die Vernunft walten und entscheidest wirklich nach dem logischen Sachverstand. Am Dienstag die Herrscherin und die Todeskarte, sehr interessant, zwei wichtige Karten aus der großen Arkana, am Dienstag geht es eher um unbewusste Prozesse, ja, es ist möglich, dass am Dienstag hiervon nichts sichtbar wird, aber hier ist deine Karte, hier ist der Tod und die Herrscherin, da geht es um Entwicklung, es geht um Fruchtbarkeit, vielleicht auch Schwangerschaft, es geht um Ressourcen, es geht um die Entwicklung, um das Potenzial einer Situation und um das zu verändern, muss hier etwas losgelassen werden, hier finden große Entwicklungen statt, es geht um Ressourcen, es geht um Macht, es geht um ja, um etwas langfristiges am Dienstag, möglich auch, dass es hier um deine Mutter geht, ja, oder du in der Mutterrolle, wie willst du damit weiter verfahren, wie geht es damit weiter, hier möchte etwas transformiert, verändert werden, grundlegend, der Umgang mit dieser Mütterlichkeit, auch mit diesem Geben, 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 die Herrscherin gibt, ja, weil sie hat genug von allem, vielleicht ist ja damit auch Schluss am Dienstag, ja, weil du bist ja als König der Schwerter angezeigt, ja, am Mittwoch, zwei der Stäbe und vier der Schwerter, es geht um Entscheidungen, Planung, wie geht es hier weiter, es geht nicht so richtig weiter, weil irgendwas dazwischen kommt, vier der Schwerter, irgendwas blockiert hier, die Figur hat hier verbundene Augen, ja, du kannst dir etwas nicht entscheiden, weil du etwas nicht sehen kannst, du bist hier handlungsunfähig, am Mittwoch, habe ich den Eindruck, also wenn du hier eine Entscheidung erzwingen möchtest, das geht nicht, weil irgendwas geht hier gar nicht voran, du musst hier noch etwas überdenken, diverse Pläne, Ideen wollen hier nochmals überdacht werden und zwar mit dem Verstand, ja, du musst hier den Verstand ordnen, deine Gedanken ordnen, leg dich hin, denk darüber nach, in Ruhe, am Donnerstag, ach der Stäbe und das Ass der Schwerter, möglich, dass du am Donnerstag eine Entscheidung triffst, irgendwas geht hier voran, ja, irgendwie ist hier relativ viel Tempo und auch eine ganz klare Entscheidung, auch Schriftverkehr, irgendwas Vertragliches liegt hier, irgendwas, was vorher so gestockt hat, was so blockiert war, geht hier relativ zackig voran und du bist hier auch klar genug, um eine Entscheidung zu treffen, um etwas durchzubringen, relativ schnell, ja, du fackelst hier nicht lange rum, auf Deutsch gesagt, am Freitag, vier der Münzen und der Turm, irgendwelche Grenzen werden gesprengt, vielleicht lässt du hier irgendeine Grenze fallen, irgendwo, wo du dich selbst eingeschränkt hast, ja, das lässt du hier fallen, irgendeine Blockade, irgendeine Blockade wird hier gelöst, möglich auch, dass jemand nach einer Phase, wo sich dieser Mensch stark zurückgehalten hat, egal ob du das bist oder ein anderer Mensch, ja, kommt hier sozusagen der Durchbruch, hier ist ein Durchbruch definitiv, ja, am Freitag könnte es auch zu überraschenden finanziellen Ausgaben kommen, ja, wo du etwas von deinem Geld abgibst, irgendwo hin investierst und das war so nicht geplant, möglich, dass hier auch zu viel Geld ausgegeben wird am Freitag, ja, du hast dich in ein gewisses Budget gesetzt und irgendwie, ja, kommt dann etwas zustande, wo du dann plötzlich merkst, up, ich habe jetzt irgendwie doch zu viel Geld ausgegeben, also deine Finanzen hast du hier nicht so richtig im Griff am Freitag, so am Samstag, drei der Münzen und das Rad des Schicksals, hier ist so ein Zusammentreffen mit anderen Menschen, ja, hier wird etwas gemeinsam unternommen, etwas gemeinsam gemacht, durchgeführt und während das passiert am Samstag, könnte hier etwas Überraschendes für dich rausspringen, hier ist eine glückliche Fügung, ein glücklicher Zufall, eine glückliche Begegnung mit anderen, eine Zusammenarbeit erfolgt hier sehr vielversprechend, könnte hier grundlegend auch sozusagen ein Zeichen dafür sein, wie es in Zukunft mit euch weitergeht, das ist hier sehr richtungsweisend am Samstag, am Sonntag, 10. Münzen, 8. Schwerter, ja, die schöne Familie, happy family, wir haben uns alle so lieb, irgendwie im Kontakt mit anderen, fühlst du dich sehr unwohl, habe ich den Eindruck, du fühlst dich sehr unwohl, hier, da könnte vielleicht ein Wort zum anderen kommen und du fühlst dich dann etwas unsicher, irgendwas bedrückt dich hier auch, hier sehen wir mehrere Menschen auf der Karte und hier ist nur ein Mensch, jemand fühlt sich hier außen vorgelassen, fühlt sich irgendwie bedrückt, handlungsunfähig, vielleicht kannst du hier ein gewisses Glück nicht so richtig leben, weil dich etwas bedrückt, etwas hemmt dich auch sehr stark, in deinem Ausdruck, habe ich den Eindruck, ja, die Finanzen könnten dich hier auch ziemlich fertig machen, vielleicht hast du hier am Freitag irgendwie dein letztes Geld rausgeworfen, für irgendwas investiert und dann kommen die Kopfschmerzen am Sonntag, was habe ich denn da getan, ja, gut, liebe Skorpione, ich wünsche euch eine tolle Woche, macht's gut, bis bald, ciao, lieber Schütze, als Wochenenergie habe ich zwei der Kelche für euch gezogen, eine wunderschöne Karte, egal ob privat oder beruflich, kommt hier etwas Schönes zustande, ja, eine Verbindung, ein Vertrag, irgendwas gestaltet sich hier harmonisch, zwei kommen zueinander, die zusammen gehören, die sich verstehen, ja, wunderbar, du wirst glücklich sein in dieser Woche, denke ich mal, es fängt hier schon am Montag und Dienstag an, die beiden Tage gehören zusammen energetisch und könnten hier sehr stark mit diesen zwei Kelchen zu tun haben, ja, als Vorbereitung sozusagen, wir haben am Montag drei der Münzen und Page der Münzen, irgendwas Neues zeigt sich hier, ein Investment, was Berufliches, was Finanzielles, es geht hier um Kooperation, Aufbau, gesunder Aufbau, Teamwork, ja, läuft hier alles sehr geordnet, hier könnte sich auch was Neues zeigen für dich, ja, ein neues Angebot, eine neue Möglichkeit, etwas langfristig solide auf die Beine zu stellen, ich denke mal, das wird dich neugierig machen, weil hier am Dienstag habe ich schon den König der Stäbe, das bist ja du und du guckst hier sehr neugierig rüber zu dieser Münze, auch zu diesen Pagen, drüber ist hier der Stern, die Wunscherfüllung, ja, ein großer Wunsch könnte hier am Dienstag für dich in Erfüllung gehen, ja, hier passiert etwas Montag und Dienstag, worauf du gewartet hast, was dich heilen lassen wird, was hier dich deinen Wünschen näher bringt und das ist wie gesagt von Stabilität und Langfristigkeit getragen, hier wirst du auch von anderen Menschen unterstützt, ja, hier arbeitet man wirklich miteinander und nicht gegeneinander, am Mittwoch bist du hier wieder als König der Stäbe zu sehen, ja, mit vier Münzen, es geht weiter um die Münzen, es geht weiter um berufliches oder finanzielles, da willst du etwas festmachen, etwas festhalten, vielleicht überlegst du auch, ob du ein gewisses Risiko eingehen solltest, ja, weil der König der Stäbe, der sagt, ach komm, wir machen das einfach, was soll's, ja, und vier der Münzen ist mehr so dieses Festhalten an dem Gewohnten, ja, das ist so ein bisschen widersprüchlich hier von der Energie, ja, es geht hier so um die Abwägung zwischen Risiko und auch dem Altbewährten, irgendwas möchtest du hier bewahren, festhalten, habe ich den Eindruck, etwas, was dir wichtig ist, willst du absichern, es geht hier um Absicherung, dafür stellst du hier einen Plan auf, so, am Donnerstag, der Nach- und Ast der Stäbe, irgendwas Neues zeigt sich hier, ja, das interessiert dich sehr, du fühlst dich wohl, hier hast du Leichtigkeit, hier hast du Spaß, ja, es ist etwas, was sich für dich sehr stimmig anfühlt, weil es ist ein Ast der Stäbe, du fühlst dich hier frei, du willst was Neues hier starten, irgendwas ganz, ganz Neues zeigt sich hier am Donnerstag für dich und wo du hier noch am Mittwoch zurückhaltend warst, springst du hier sozusagen am Donnerstag, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist oder was anderes, aber hier hast du den Mut und du springst, du sagst, ich nehme das in Angriff. Am Freitag, fünf der Stäbe und die Königin der Schwert, da hier könnte es Meinungsverschiedenheiten geben, vielleicht mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, mit deiner Familie und es geht hier darum, Klarheit zu finden, sich vielleicht auch nicht beeinflussen zu lassen, hier klar zu seiner Meinung zu stehen, klar auszusprechen, was man denkt, was man sich wünscht, sich vielleicht nicht von anderen Meinungen ablenken lassen, den Klaren Kopf behalten in dieser Angelegenheit. Hier könnten auch kleine Meinungsverschiedenheiten aufkommen, wo es darum geht, wie wird es dann richtig gemacht, ja, wer hat recht, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ego spiele und wie gesagt, hier gilt es, den Verstand zu benutzen und klar zu bleiben, ja, für sich so den Weg zu ebnen. Am Samstag, der Magier und sechs der Kelche, interessant. Hier könnte es eine Begegnung geben mit einem Menschen von früher, hier könnte jemand auftauchen von früher, ähm, alte Zeiten, ja, und alte Zeiten anknüpfen, vielleicht auch ein altes Hobby wieder rausholen, ja, hier wird gewerkelt und gemacht, hier mit dem Magier, also, ist ein sehr inspirativ, kreativer Tag, muss ich sagen, der Samstag. Du hast hier alle Möglichkeiten, die du brauchst, also alle Möglichkeiten stehen dir hier zur Verfügung, alle Optionen, sagen wir es mal so, ja, du kannst dir frei entscheiden mit dem Magier, was du tun möchtest, alle Werkzeuge liegen auf dem Tisch, so, jetzt habe ich das auf Deutsch schon bekommen, sorry, aber ich habe den Eindruck, du tendierst dann trotzdem zu etwas, was dir bekannt ist. Du sagst, nee, ich weiß, ich könnte das machen, aber ich mache lieber etwas, was, was ich kenne. Ich bleibe so bei dem, was ich schon kenne, also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Am Sonntag, was ist das denn hier? Ast der Schwerter, Ast der Schwerter, ich muss da gerade überlegen, weil das sieht aus wie der Page der Schwerter, Ast der Schwerter und der König der Schwerter. Uh, hier wird ein klares Machtwort gesprochen, von dir oder von einer anderen Person. Ja, hier kommt eine ganz klare Ansage. Und da heißt das, äh, bitte ruhig bleiben, sachlich bleiben, ja, hier ist es erforderlich, sachlich zu antworten, nüchtern zu antworten, sich möglichst nicht in Emotionen zu verstrecken, weil die Emotionen könnten hier zu Ego-Kämpfen führen. Falls das hier eine Nachricht, eine Message ist, die etwas unangenehm ausfällt. Liebe Schützen, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Macht's gut. Ciao. Liebe Steinbock-Geborenen, für die kommende Woche habe ich das Ast der Stäbe für euch gezogen. Ja, die Ast der Stäbe stehen immer für Chancen, Gelegenheiten, Möglichkeiten, aber mit einem kurzen Zeitfenster. Das heißt, es ist wichtig, wenn diese Chance kommt, auch zu reagieren, wenn man das haben möchte, ja, sofort, ja, sich das anzuschauen, zu reagieren, zuzusagen, weil es könnte bald wieder weg sein, ja. Am Montag geht es nämlich schon los, da haben wir drei der Stäbe und die Liebenden. Das hat hier was mit diesem Ast der Stäbe zu tun, mit dieser neuen Möglichkeit. Hier werden Pläne gemacht und, ja, mit den Liebenden eine Entscheidung dazu. Folgt man diesen Plänen? Möchte man darauf eingehen? Möchte man das haben? Ja oder nein? Diese Entscheidung ist hier von, ja, von Langfristigkeit und hat auch große Konsequenzen. Am Dienstag Ast der Kelche und Sechster Schwerter. Ich glaube, man hat sich da schon am Dienstag entschieden und möchte keine weiteren Optionen mehr haben, ja. Hier die Liebenden und Sechster Schwerter. Die Entscheidung wurde bereits getroffen. Man kann die Entscheidung nicht rückgängig machen, indem man hier nett kommuniziert oder paliebe Worte sprechen lässt. Also hier lässt man sich auch nicht von seiner Meinung abbringen. Der Verstand hat es hier schon entschieden mit den Schwertern, ja, dass man so seiner Entscheidung treu bleiben möchte. Wer auch immer hier auf einen zukommt und liebe Worte zuflüstert oder auch Angebote von außen werden abgelehnt. Man folgt hier dem, was man entschieden hat. Am Mittwoch zwei der Stäbe, drei der Münzen. Da geht es wieder um die Stäbe, wieder um irgendeine Planung. Ja, mehrere Optionen. Wie geht es weiter? Geht es weiter? Ja, es geht weiter. Drei der Münzen. Hier entscheidet man sich für eine solide Basis, für eine Zusammenarbeit mit neuen Menschen. Hier geht es um eine Kooperation, Teamwork, solider Boden. Also was hier entschieden wird am Mittwoch, hat tatsächlich auch Stabilität, ist erfolgsversprechend und kann langfristig genutzt werden. Ja, das ist hier nicht nur so eine Finte, das ist nicht so ein Strohfeuer, was tatsächlich manchmal hier bei den Stäben sein kann. Ja, die Stäbe sind sehr schnell, die brennen auch schnell nieder. Aber hier ist wirklich das Potenzial für eine langfristige Zusammenarbeit mit anderen. Ja, wo man wirklich auch gemeinsam etwas aufbauen kann. Auch im Privaten könnte ich hier eine ernsthafte Beziehung angestrebt werden. Am Donnerstag sind wieder die Liebenden, die habt ihr zweimal in dieser Woche. Das ist Wahnsinn. Wieder eine Entscheidung hier mit der Mäßigkeit. Also am Donnerstag geht es hier darum, eine gewisse Entscheidung zu akzeptieren. Auch alle Seiten zu beleuchten. vielleicht auch sich reinversetzen in den anderen. Warum hat der andere dies und das entschieden? Warum habe ich das entschieden? Sich auszutauschen, darüber zu sprechen, warum welche Entscheidungen getroffen wurden. Ja, hier gegenseitiges Verständnis finden. Hier wieder aufeinander zugehen, sich mit etwas arrangieren, etwas akzeptieren. Ja, in die Heilung gehen, indem man das einfach akzeptiert, wie die Entscheidung hier ausfällt. ein gegenseitiges Verständnis auch für vielleicht unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche Entscheidungen. Warum hat wer was wie entschieden? So, am Freitag das Ass der Schwerter und neun der Kelche. Ja, hier ist wieder eine Entscheidung mit dem Ass der Schwerter. Eine Entscheidung fürs Glück. Hier könntest du aber auch eine Nachricht bekommen, die dies sehr glücklich macht. Ja, hier ist eine Botschaft, die mit sehr viel Glück gekoppelt ist, mit einer Wunscherfüllung. Hier könnte eine Nachricht reinkommen, dass irgendein Wunsch in Erfüllung geht. Hier könnte aber auch jemand mit diesem Ass der Schwerter etwas abschneiden, etwas verkünden, was dann letztendlich aber auch für alle Beteiligten zum Glück führt. Am Samstag 7 der Stäbe und der Herrscher. Ui! Hier muss man sich wappnen, ja. Hier ist ein Herrscher unterwegs, egal ob du, vielleicht bist du das, ja. Ja, der Herrscher ist halt sehr streng. Der Herrscher will hier immer seinen Kopf durchsetzen. Der Herrscher will sagen, wo es lang geht. und das kann natürlich hier auch für Kontroverse sorgen, ja, dass man sich angegriffen fühlt, dass man zum Beispiel auch überredet wird, einen bestimmten eingeschlagenen Weg zu verändern. Also hier muss man sich wehren, weil der Herrscher, der ist ja auch sehr stark aufgestellt, der ist recht dominant, ja, hier könnte jemand dominant auftreten und dann fühlt man sich quasi bedroht und sagt halt, halt, stopp, also bis hierhin und nicht weiter, so will ich das nicht haben. Hier geht es um Grenzziehung, entweder von deiner Seite, dass du dich dazu angespornt fühlst, hier deine Grenzen zu ziehen, weil jemand hier deine Grenzen überschreiten möchte, oder du selbst bist hier relativ hart aufgestellt, ja, also hier wird nicht großartig gefackelt, ist ein ziemlich energetisch starker Tag, würde ich sagen, ja, hier muss man die Zähne zusammenbeißen und sich durchsetzen, es wird einem nicht leicht gemacht am Samstag, ja, am Sonntag auch wieder diese Stäbe, also viel Feuer bei dir in dieser Woche, viel Action, na, die Königin der Kelche und fünf der Stäbe, ja, irgendwie ein bisschen chaotisch das Ganze, aber ich denke mal, mit viel Liebe und auch mit Einfühlungsvermögen kriegt man den Tag auch ohne Streitigkeit hier ist so ein bisschen Konfliktpotenzial, weil hier alles aus dem Fugen gerät und ich glaube, wenn man hier einfach in der Ruhe bleibt und das Ganze nicht so ernst nimmt und sagt, ach komm, ja, Schwamm drüber, dann kann man hier ganz liebevoll und glimpflich durch den Tag kommen, ohne sich hier in die Haare zu bekommen, also ich glaube, wenn man am Sonntag da zu hart aufgestellt ist und da immer nur auf sein Recht beharren will und alles als störend empfindet, dann, ja, dann lässt man sich hier ein paar schöne Momente entgehen, weil mit der Königin der Kelche sind hier auch schöne Momente gegeben, aber ich sage nochmal ergänzend, hier könnte auch jemand unterwegs sein am Sonntag, der so ein bisschen auf Drama Queen macht, ja, oder auf Drama King, also bitte nicht die Geschlechter beachten, hier könnte jemand total übertreiben und sich hier wichtig machen und, ja, mir geht es so schlecht und dies und das, wenn du das jetzt nicht machst, wie ich das möchte, dann bin ich traurig, bin ich enttäuscht, dann liebe ich dich nicht mehr, ja, also hier könnte das so ein bisschen ausufern, deswegen vielleicht nicht alles hier so ernst nehmen am Sonntag, damit fährt man besser. Liebe Steinböcke, ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, ciao. Liebe Wassermann-Geborenen, ich habe als Wochenkarte 3D Münzen für euch gezogen, bei 3D Münzen geht es um Kooperation, Teamwork, Zusammenarbeit, gemeinsam, etwas aufbauen, etwas Solides, ja, es geht auf jeden Fall um Zusammenarbeit und es geht definitiv nicht nur um dich alleine, sondern du in Kooperation mit anderen. Am Montag, der startet mit 7 der Schwertern und der Ritter der Münzen, ja, Ausweichmanöver, taktische Kommunikation, jemand taktiert hier in der Kommunikation, will hier eine Entscheidung ausweichen, ich habe den Eindruck, das geht hier schon länger so, etwas bewegt sich hier nicht so richtig weiter, ja, etwas stagniert, etwas ist hier irgendwo in der Blockade, bewegt sich nicht so richtig weiter, weil hier, ja, nicht so ehrlich kommuniziert wird, habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob das von dir ausgeht oder vom Gegenüber, also, hier ist eine Kommunikation, die sozusagen, ja, mit dem Versprechen des Stillstandes kommt, ja, hm, etwas geht nicht vorwärts. Am Dienstag umso mehr, da haben wir den Wagen und Acht der Kelche, ja, du bist unterwegs, du willst aufbrechen, du willst was anderes, du brauchst was Frisches, vielleicht geht es hier auch um diese sieben Schwerter, du willst raus aus Lügen, aus irgendwelchen Verstrickungen, du möchtest hier wieder frischen Wind spüren und du weißt auch, dass damit ein Abschied gekoppelt ist, ja, hier hängst du emotional an jemanden fest, aber du weißt, es ist Zeit zu gehen, damit du hier diese Bewegung hast, ja, damit du hier diesen Schwung erlebst, ja, diesen Fortschritt, musst du dich hier von etwas abkehren, von etwas ablassen, es ist höchste Zeit, am Mittwoch, die Kraftkarte und die Königin der Münzen, du bist hier wahnsinnig engagiert, du hast hier Arbeit ohne Ende, bist sehr fleißig, sehr, sehr fleißig, pass auf, dass du hier nicht deine Kräfte überschätzt, ja, ich sehe hier einige Wassermänner, die sich so dermaßen reinknien in ihre Aufgaben, dass sie abends völlig erschöpft und am nächsten Tag mit Knochenschmerzen aufwachen, ja, zügele so ein bisschen deinen Ehrgeiz, lieber Wassermann, ja, du machst es hier gut, du machst es hier super, ähm, sehr fleißig, aber achte auch auf deine Energie, am Donnerstag die Königin der Kelche und die Sonne, uh, ja, sehr romantisch verspielt, liebevoll, jemand könnte dich anrufen, der dich vermisst, ja, du bist hier auch sehr dünnhäutig unterwegs, aber die Sonne hast du ja dabei, ja, du bist relativ stabil an dem Tag, emotionell wird dir auch etwas klar, deine Emotionen werden geklärt, könnte ich hier auch was mit dem Dienstag zu tun haben, ja, in irgendeine Verbindung könnte auch Klarheit reinkommen, ja, es ist eine Verbindung ein Mensch, den du sehr gerne hast, den du liebst, da, da zeigt sich etwas für dich am Donnerstag, am Freitag, zweimal zwei der Münzen, du musst etwas entscheiden, du kannst es aber nicht entscheiden, du hängst hier fest, ja, du jonglierst hier mit zwei Optionen und das ist sehr anstrengend, ich glaube, einige jonglieren hier schon länger, zwischen zwei Möglichkeiten, zwei Optionen, zwei Projekten, ja, du kannst hier nicht so richtig entscheiden, weil du sicherheitsdenkend bist in Bezug auf diese Situation, du willst hier kein Risiko eingehen, deswegen sagst du, muss ich hier weiter mit diesen zwei Optionen jonglieren, hier könnte sich aber auch was Neues für dich zeigen, etwas Neues könnte sich zeigen, was dich in die Situation bringt, ja, dass du, wie soll ich denn jetzt machen, was ist wichtiger, nehme ich das, nehme ich das, was hat Priorität, also bei zwei der Münzen geht es sehr stark um Prioritäten und am Samstag, fünf der Kelche, drei der Stäbe, ja, hier ist auch wieder wie bei acht der Kelche so ein Abschiedsschmerz, hier ist eine Traurigkeit, hier hat jemand Pläne, die sozusagen mit den Gefühlen nicht konform sind, ja, also man schmiedet hier erfolgreiche Pläne mit drei der Stäbe, hier haben wir auch, drei der Münzen, ja, adäquat dazu, hier findet eine Kooperation statt, hier ist eine Planung, ein Aufbau auch mit anderen, aber dazu ist notwendig, dass etwas anderes verworfen wird, auf etwas muss man hier verzichten, das ist traurig, irgendjemand wird hier traurig dabei, ja, hier ist ein Verlust damit gekoppelt. Am Sonntag haben wir acht der Schwerter und die Kraftkarte, die Kraftkarte hast du hier zweimal im Blatt, ja, und einmal auf die Königin der Münzen, achte bitte auf deine Energiereserven, ja, dass du dich, dass du es nicht übertreibst, du hast hier zweimal mit der Kraftkarte Power in dieser Woche, aber es gibt auch Menschen, die dann denken, okay, ich bin ein Duracell-Kaninchen, ich kann jetzt hier irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten, das geht nicht, irgendwann kommt der Punkt und dann kippt man aus den Latschen, dann ist man völlig erschöpft und ich sehe hier auch am Sonntag, dass du hier so latent in diese Richtung reinrutschen könntest, ja, dass du hier einfach so erschöpft bist, dass sogar irgendwelche Probleme da an dir fressen, wie kleine Mäuse fressen die sich dadurch, also man wird dann dünnhäutiger und durchlässiger, ja, wenn man sich zu stark auspowert, ich sehe, wie du dich hier vor den negativen Gedanken schützen möchtest, etwas plagt dich hier, etwas plagt dich hier und das hat hier vielleicht auch mit diesen zwei Dementzen zu tun, ja, du sammelst hier immer wieder Kraft, um hier eine gewisse Etappe durchzustehen, habe ich den Eindruck, Na, liebe Wassermänner, ich wünsche euch eine tolle Woche, macht's gut, ciao! Liebe Fische, ich habe als Wochenkarte hier die Prinzessin der Kelche für euch gezogen, romantisch, verträumt seid ihr in dieser Woche, ja, ihr fantasiert hier herum, es ist wichtig, sich hier etwas abzugrenzen, weil ihr seid irgendwo auch nah am Wasser gebaut, empfindlich und andere könnten euch hier zusetzen, wichtig ist es, sich abzugrenzen, wenn möglich, ja, ihr seid hier zu durchlässig für andere und dadurch angreifbar, am Montag, wir haben hier neun der Schwerter und die Königin der Schwerter, ja, jemand setzt euch hier ziemlich zu, jemand ist kritisch, kalt euch gegenüber, nörgelt an euch herum, ihr fühlt euch traurig, verlassen, verletzt, ja, ihr zweifelt hier an euren eigenen Qualitäten, hier fallen kalte, böse Worte, ja, deswegen hier bitte etwas zurückziehen, etwas zumachen, damit das euch nicht so nahe geht, am Dienstag ist so ähnlich, ja, wir haben sieben der Stäbe und fünf der Schwerter, hier ist auch wieder Angriff angesagt, Angriff, ihr müsst euch hier verteidigen, jemand wirft euch etwas vor, ja, das sieht hier sehr heikel aus, muss ich sagen, am Montag und am Dienstag, sehr viel Kritik, Streitgefahr, es ist wichtig, dass ihr euren Standpunkt hier aufrechterhalten könnt, dass ihr euch abgrenzt, dass ihr euch wehrt, lasst nicht alles mit euch machen, die Prinzessin der Kelche ist sehr sensibel, mit der kann man es ja machen, so ungefähr, deswegen, ja, lasst euch hier nicht auf Streitigkeiten ein, aber behaltet trotzdem die Stellung, am Mittwoch dann, der Ritter der Kelche und die Königin der Stäbe, möglich, dass ihr ein Feuerzeichen euch wieder aufmuntert, euch wieder positive Kraft schenkt, ja, liebe Worte, Unterstützung kommt hier, die steht an eurer Seite, die muntert euch auf, wenn ihr diesen Streit mit dieser Person hattet, dann ist sie auf jeden Fall am Mittwoch schon ein bisschen ruhiger, ja, kann hier schon wieder normal sprechen, kann hier liebevoll sprechen, ist zugänglicher, es ist auch möglich, dass ihr mit dieser Energie selber unterwegs seid, dass ihr sozusagen euren Mut packt, ja, euch nicht mehr alles gefallen lässt und dadurch sozusagen eure Stärke findet, am Donnerstag, fünf der Kelche und fünf der Münzen, hier ist ein Verlust, hier ist eine Absage, definitiv, ja, irgendwas klappt hier nicht, irgendwas geht hier zu Bruch, ja, es ist auch möglich, dass ihr jemandem hier eine Absage erteilt, hier passt etwas nicht zusammen und deswegen ist hier ein Bruch, ja, das ist traurig, ja, man fühlt sich so ein bisschen außen vor gelassen, jemand fühlt sich hier verlassen, tja, am Freitag, zehn der Münzen und der Ritter der Stäbe, die Familie könnte hier irgendwas überraschendes planen, die Familie oder dein Partner könnte hier eine Überraschung planen, irgendwas, womit du gar nicht rechnest, irgendwie noch ein kleiner Ausflug oder sowas, Spontanausflug, wenn du hier am Freitag mit einer größeren Gruppe unterwegs bist, dann ist hier jemand dabei, der sich sehr überraschend verhält, irgendeine überraschende Situation entsteht hier, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, irgendwas ist hier überraschend, jemand könnte hier auch auf dich zukommen, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, sagen wir mal, du gehst Freitagabend aus, könntest du hier jemanden kennenlernen, ist aber nichts langfristiges, ja, das ist mir so ein Abenteuer, so ein Flirt. Am Samstag, neun der Kelche und die Herrscherin, ja, ein sehr schöner Tag, also das Wochenende ist hier relativ positiv für dich angezeigt, harmonisch, ja, du fühlst dich sehr wohl, hier mit der Herrscherin, möglich auch, dass du mit deiner Familie die Zeit verbringst, hier könnte auch auf Bezug zum Thema Schwangerschaft eine schöne Überraschung kommen, für einige, hier liegt eine Wunscherfüllung, hier gelingt etwas, ja, wenn du da was vorhast, am Samstag wird ein sehr schöner Tag, du fühlst dich wohl, du fühlst dich geborgen, am Sonntag, sechs der Kelche und der Page der Kelche ein Treffen, ein Treffen mit jemandem, den du schon länger nicht mehr gesehen hast, alte Freunde treffen, eine alte Liebe treffen, jemand könnte sich plötzlich melden, jemand aus der Vergangenheit ruft plötzlich an, sagt, hallo, Fisch, wie geht's dir, schöne Erinnerungen verbindest du damit, schöne Kommunikation hier auch am Sonntag, also am Sonntag kommt sozusagen der positive Aspekt der Prinzessin der Kelche zum Einsatz, ja, sagen wir es mal so am Wochenende, ja, da kannst du die Prinzessin der Kelche auspacken, weil das passt hier ganz gut, das ist hier sehr harmonisch, liebevoll, geborgen, ja, und ansonsten hier Anfang der Woche und auch am Donnerstag sich so ein dickes Fell kaufen und anziehen, würde ich mal sagen, liebe Fische, ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, ciao!